Ja, warum hören wir nach Bucketlist auf? Das ist eine Frage, die wir jetzt immer umschiffen haben, die letzten Jahre, weil für uns ist schon länger klar, und das ist vielleicht komisch für die Leute zuhause, wenn wir jetzt neu mit einer Show abhören, dass wir jetzt sagen, dass es nach der Show, Bucketlist, dass die Wettlemente aufhören. Und wir wollen das unbedingt jetzt sagen, damit die Leute auch wissen, du, wir hören im Guten auf. Das ist verdammt wichtig. Ja, das ist verdammt wichtig. Wir freuen uns auf diese Show, wir wollen nochmals rausgehen. Wir haben es zusammen unheimlich gut, so gut wie noch nie in diesen 25 Jahren. Das kann man nicht genug rausstreichen. Zwischenmenschlich haben wir es noch nie so flowig, so aufgeräumt, so erwachsen, so reif gehabt miteinander. Genau. Lieber so, als zu lange spielen, den Bogen überspannen. Und das ist eigentlich der Hauptbeweggrund für unseren Entscheid. Ich weiss, dass es für viele Menschen da aus wahrscheinlich jetzt überraschend kommt. Ehrlicherweise müssen wir ja sagen, die gewiften Leserin der gewiften Leser hätte ja mit Bucketlist erahnen können, wenn man ganz ein fuchsiger Fuchs ist. Ein fuchsiger Fuchs. Ein wolfiger Kater. Dass wir vielleicht einfach den Abschluss machen. Und wir zeigen jetzt alles, was wir uns in den letzten 25 Jahren noch gewünscht haben, einmal auf der Bühne zu zeigen. Und uns wegen dem mega Freude, weil wir auch Sachen zeigen, wo wir uns vielleicht bis jetzt noch nicht getraut haben. Auf die freue ich mich speziell. Auch, dass wir jetzt mit dieser Show kommen und gleichzeitig verkünden, dass es nachher fertig ist. Wir hören nicht in einem halben Jahr oder in einem Jahr auf. Unser Ziel ist es jetzt noch einige Jahre mit dieser Bucketlist-Show unterwegs zu sein. Und hoffen dabei natürlich mega, mega, dass die Leute aussen mit uns das nochmal ein paar Jahre lang feiern. Also gut, einen geheimen Wunsch, nicht auf der Bühne, sondern einen geheimen Wunsch kann man sagen. Sehr schön wäre, wenn wir zusammen noch das 30-Jährige erleben würden. Aber das würde jetzt noch 5 Jahre gehen. Und dann, das wäre ein schöner Abschlusspunkt. Das wäre super speziell. Und du bist dann auch schon richtig 60, das ist ja schon fast Pension. Du bist ein Arsch. Es hat wirklich jede und jede Gelegenheit gehabt haben, unsere Show zu sehen. Weil wir spielen, kann man das so sagen, wir spielen, solange die Menschen kommen. Ja. That's it. Ja, viele nicht gerade sagen, Ja, joh.